Gottlos glücklich, Politik ohne Weihrauch. Zu diesem Thema hatten wir Philipp Möller zu Gast. Und hiermit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. Philipp Möller wird den meisten von Ihnen als Pressesprecher der Buskampagne bekannt sein und vor allem als Bestsellerautor. Er schrieb unter anderem Ich geh Schulhof, Bin ich Freak oder was? Ich hab Geistesblitz und zuletzt Gottlos glücklich 2017 bei Fischer erschienen. Seit 2009 ist Philipp Möller Pressereferent der Giordano Bruno Stiftung. Mein Kollege Hans-Jörg Albrecht hat am Rande unserer Veranstaltung Gelegenheit mit Philipp Möller zu sprechen und ich wünsche Ihnen wie immer dabei viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn. Ja, die Kooperation des Bundes für Geistesfreiheit in Fürth und Cortices, dem Institut für populärwissenschaftlichen Diskurs, hat ja dazu geführt, dass wir dich hier erleben dürfen in Fürth. Und zur sonst üblichen sonntäglichen Gottesdienstzeit haben wir jetzt viel gehört über kirchenkritisches Denken und massive Kritik an der Verflechtung zwischen Staat und Kirche. Ja, und jetzt würde ich mal fragen, was unterscheidet denn diese Veranstaltung von den anderen, die du bereits erlebt hast? Also, der erste Unterschied besteht darin, dass es zwei Organisationen sind, die sich zusammenschließen, was ich immer gut finde. Wir müssen ja unsere Kräfte vereinen. Wir schaffen es in der humanistischen Szene oder Bewegung immer besser, wie ich finde, unsere Kräfte zu bündeln. Und das macht die Veranstaltung anders. Was ich aber noch deutlich hervorheben muss, ist die Tatsache, dass ich heute mehr oder weniger gezwungen wurde, meine bisherigen Ausführungen zu Gottlos glücklich nochmal ganz speziell zuzuspitzen auf die Frage nach Politik ohne Weihrauch. Der Titel ist schon mal was ganz Neues. Der Titel ist damit schon mal was ganz anderes. Und ich habe einige Stellen aus der normalen Lesung rausgenommen und mir dafür andere Schwerpunkte rausgesucht. Und das hat namentlich der Rainer Rosenzweig sehr gut geschafft, über diesen Titel der Veranstaltung Politik ohne Weihrauch die Konzentration auf politische Fragestellungen hervorzuheben. Das war gut. Ja, und wir haben ja hier in Bayern auch unseren Herrn Söder, der ja so ihr das Ziel des weltanschaulich neutralen Staates weitaus weniger zu schätzen weiß. Was halten Sie von der aktuellen Idee, in jedes Amtsgebäude Kreuze zu hängen? Ja gut, der CSU-Vorstoß, in jeder bayerischen Behörde ein Kreuz aufzuhängen, widerspricht natürlich in wirklich eklatanter Weise jeglicher säkularen Idee. Herr Söder und seine Kollegen, Kolleginnen kann man ja kaum sagen, hat damit erneut bewiesen, dass zumindest der Teil der CSU, den er hinter sich hat, vollkommen rückständig und eben auch ein Stück weit realitätsfern ist. Denn ich wage einfach mal zu behaupten, dass in Bayern genau das Gleiche gilt wie in anderen Bundesländern auch. Die Bevölkerung ist aufgeklärter als die Regierung. Natürlich spielt Religion in bestimmten bayerischen Teilen noch eine größere Rolle als vielleicht in anderen Teilen Deutschlands. Zwischenfrage, wäre das in Berlin denkbar? Nein, vollkommen undenkbar. Wir haben in Berlin das sogenannte Neutralitätsgesetz. Das wird auch von der SPD mit Händen und Füßen in Wort und Schrift verteidigt. Allerdings gegen starke Feinde. Also wir haben in Berlin auch damit zu kämpfen, dass Leute der Meinung sind, dass das Kopftuch als ein Zeichen, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, als ein Symbol der Emanzipation der Frau dahergenommen wird, um zu sagen, wir wollen die Neutralitätspflicht der Landesregierung kippen und wollen zulassen, dass in Behörden Menschen arbeiten, die ganz offensichtlich eine bestimmte religiös-politische Richtung vertreten, die sich leider nicht in Einklang bringen lässt mit dem, was wir unter einem liberalen demokratischen Rechtsstaat verstehen. Das heißt, das wird in Berlin auch attackiert. Im Moment ist es undenkbar, in jeder Berliner Behörde ein Kreuz aufzuhängen. Die Leute würden auf die Barrikaden gehen. Aber sie gehen ja auch in Bayern auf die Barrikaden. Ich finde das gut. Für mich wirft das in vielen Dimensionen ein neues Licht auf Bayern. A, dass die CSU noch bekloppter ist, als ich das immer befürchtet habe. Aber B, eben auch, dass sich Widerstand regt, sogar von christlicher Seite, was ich total überraschend finde. Und das macht eine sehr spannende Diskussion auf, die dazu führt, dass momentan der organisierte Aberglaube wieder durch alle Medien geistert. Und das ist auch richtig, dass wir darüber sprechen. Okay, und so wie ich das verstanden habe, zum Beispiel im millionenfach angeklickten YouTube-Video zu Disput Berlin, da sprichst du ja so vom Job als Kirchenkritiker. Und ich habe dich heute im Vortrag gehört, wo du das auch so fast als deine Berufsbezeichnung angegeben hast. Jetzt frage ich mal so, angenommen, du müsstest so eine Ausbildung konzipieren, ja, was wären denn so die Ausbildungsinhalte? Ui, ui, ui. Also, mir ist es immer wichtig, dass wir Debatten nicht nur in dem Bereich, sondern eigentlich in allen Bereichen evidenzbasiert führen. Und ich finde, wer beispielsweise über die Zustände, die arbeitsrechtlichen Zustände in Caritas und Diakonie spricht, der muss darüber eben Bescheid wissen. Wenn also heute jemand hingeht und sich als, ich nenne es jetzt einfach mal Berufsatheist, bezeichnet, dann muss er sich mit vielen Dimensionen der Verquickung von Staat und Kirche auseinandergesetzt haben. Ich habe auch mal überlegt, und auch das war ja eigentlich mal ursprüngliches Ziel von Gottlos glücklich, alle Bereiche der Religionskritik abzudecken, was natürlich ein vollkommen utopisches Unterfangen ist. Angefangen bei philosophischen Überlegungen, naturwissenschaftlichen Überlegungen. Vielleicht müsste man mich korrekterweise nicht als Berufsatheist, sondern als Säkularlobbyist bezeichnen. Denn mir ist es deutlich wichtiger, über die Trennung von Staat und Kirche zu sprechen, als darüber, dass die Existenz Gottes so wahrscheinlich ist wie die der Zahnfee. Das ist zwar so, aber das hilft uns im politischen Diskurs so ungefähr gar nicht weiter. Deswegen würde ich sagen, wer diese Arbeit leisten will, sich dafür einzusetzen, dass der Staat neutral bleibt, dass bestimmte Forderungen zur Trennung von Staat und Kirche umgesetzt werden, der muss sich mit einigen juristischen Themen auseinandersetzen, aber eben auch mit der Organisation von Politik. Und das ist ja dann auch mein Blick aufs nächste Buch. Ich denke, wir Humanisten tun gut daran, uns nicht nur mit Fragen des Säkularismus auseinanderzusetzen, sondern auch in anderen Bereichen zu schauen, wo eben mit Bullshit-Politik gemacht wird und nicht mit Argumenten. Also einen sagst du ja sehr klar, Wissen schadet nicht. Wie sieht es mit den Soft-Skills aus? Was muss man als Kirchenkritiker persönlich mitbringen? Ach ja, also eine große Kritikfähigkeit selber, denn wer kritisiert, wird auch kritisiert. Das ist auch richtig. Ich erhalte ja auch durchaus Kritik aus den eigenen Reihen. Das heißt dann auch mal hier der RTL-2-Humanist. Das ist aber auch okay. Michael Schmidt-Salomon und ich haben wirklich sehr früh, eigentlich mit meinem Einstieg in die Giordano-Bruno-Stiftung, so eine kleine Rollenverteilung aufgemacht. Der Michael ist der Philosoph. Er ist der Intellektuelle. Ich bin beides nicht. Ich bin tatsächlich eher der populäre Typ. Manche mögen das als populistisch bezeichnen. Ich bin frech, ich bin Berliner, ich bin laut, ich bin egozentrisch, ich bin ein Stück weit selbstverliebt. Das hängt davon ab. Ich glaube, wir brauchen alle Profile. Also Carsten Frag zum Beispiel ist eine extrem wertvolle Person in dem Bereich. Und der ist ganz anders als ich. Die Ingrid Matthäus-Meyer, die ja das Kirchenpapier der FDP mit verfasst hat und später in die SPD gegangen ist und sich jetzt im Rahmen der Gerdier-Kampagne gegen religiöse Diskriminierung am Arbeitsplatz eben für die Arbeitsrechte von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen Caritas und Diakonie auseinandersetzt, die sagte nach einem meiner letzten Vorträge, ich würde es anders machen als Juristin. Aber es ist gut, dass wir diese verschiedenen Facetten haben. Also ein eindeutiges Berufsbild für den Säkular-Lobbyisten würde ich jetzt gar nicht so zeichnen wollen. Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Und wenn man von mir erwarten würde, dass ich monatelang nur am Schreibtisch sitze und mich nicht in der Öffentlichkeit zeige, dann würde man meinem Typ nicht gerecht werden. Dann gleich mal zur Typ-Frage. Wie erklärst du dir selbst deine fröhliche Respektlosigkeit? Ach, du, Erziehung und Sozialisation, ein bisschen Genetik. Ich habe ja fünf jüngere Geschwister, davon sind zwei Halbgeschwister, also drei Vollgeschwister, die mehr genetisches Material noch teilen als meine Halbgeschwister und auch mehr Sozialisation, weil wir natürlich mit einer anderen Mutter groß geworden sind. Wir sind alle, alle vier ziemlich frech und respektlos im positiven Sinne. Also wir haben früh gelernt, ich weiß noch, es gab mal eine Auseinandersetzung mit einer Lehrerin und da hat mein Vater gesagt, du, dann konfrontier sie damit. Lass dir das nicht gefallen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Papa, die sitzt doch am längeren Hebel. Was ist, wenn die zum Schulleiter geht? Dann sagt er, na und, der Schulleiter hat auch einen Chef. Dann sage ich, ja, und was ist, wenn ich den dann zum Feind habe? Dann sagt er, dann gehen wir zu seinem Chef oder zu seiner Chefin. Es gibt nachher in den zehn Angeboten des evolutionären Humanismus ja auch das Angebot, habe keine Angst vor Autoritäten. Und das geht mir heute immer noch so. Es ist mir vollkommen egal, wie sich jemand seine Autorität erkauft hat, ob durch Gottes Hilfe, durch teure Dienstwagen oder Luxusprostituierte. Ich finde immer, es zählt das bessere Argument. Und das habe in der Regel ich. Vielleicht gibt es so etwas wie innere Autoritäten. Von welchen Menschen hast du in Bezug auf unser Thema am meisten gelernt? Naja, es ist schon, also ich denke mal, zuerst war da Carsten Frehack. Carsten war derjenige, den ich zusammen mit Michael Schmidt-Salomon in den Medien wahrgenommen habe. Und Carsten war der Erste, den ich persönlich kennengelernt habe. Carsten ist wie ich ein streitbarer Typ. Carsten buddelt unheimlich lange in Daten und in Fakten, bis er die richtige Argumentation da hat. Das ist total sinnvoll. Und bei Michael, es ist eben so, dass er vielleicht das ist, was man früher mal einen Universalgelehrten nannte. Ich bewundere an Michael ganz einfach, dass er sich mit unheimlich vielen Themen auskennt. Und zwar durchaus nicht nur mit säkularen oder philosophischen Themen, sondern dann weiß der auch noch einmal alles über die Bundesliga, wo ich mich immer frage, wo nimmt der die Zeit her, der Typ? Das sind schon so, also diese zwei Namen würde ich mal nennen. Ich habe einen ganz tollen Professor vor allem an der Uni gehabt, mit dem ich viel über Sozialisationstheorien gestritten habe. Wer oder was bestimmt das menschliche Verhalten? Das war spannend. Aber mir begegnen eigentlich immer wieder Leute, bei denen ich denke, okay, da kannst du dir ein bisschen was mitnehmen. Karl-Heinz Deschner hat gesagt, ein Kopf denkt nie allein. Und das ist im Umfeld unserer Stiftung, der Giordano-Bune-Stiftung, sehr deutlich zu spüren, dass wir versuchen voneinander zu lernen, auch eigentlich keine Hierarchien zu haben, auf Augenhöhe miteinander zu diskutieren, zu streiten. Und in dem Moment, wo man merkt, jemand hat ein plausibleres Argument, dann auch zu sagen, okay, da hast du einfach recht gehabt. Jawohl. Und welche Lernerfahrung hättest du dir am liebsten erspart auf diesem Weg? Das klingt ja alles recht positiv. Und dieses zu sagen, man lernt gemeinsam und entwickelt Dinge. Und vielleicht gibt es ja auch Dinge, wo du sagst, das hätte ich nicht unbedingt lernen wollen oder müssen. Du merkst, das ist die erste Frage, bei der ich ein bisschen länger überlegen muss. Ich habe, ehrlich gesagt, insbesondere in der Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner unschöne Erfahrungen gemacht. Also bei meinen weltanschaulichen Freunden, nenne ich das jetzt mal, bin ich auch schon auf unschönere Situationen gestoßen. Die waren aber nie so, dass sie mich richtig gestresst haben. Also, weißt du, was früher bei mir der Fall war? Und ich meine, ich bin jetzt seit knapp zehn Jahren Säkular-Lobbyist, nenne ich das jetzt mal. Ich habe echt gemerkt, dass ich in bestimmten Diskussionen einen erhöhten Pulsschlag bekomme. Ich bin richtig sauer geworden. Das war teilweise auch mit Astrologie so, mit allen möglichen irrationalen Themen. Und das habe ich auch heute erzählt. Das passiert mir bis heute noch manchmal immer seltener. Und ich wünsche mir von mir selbst ein bisschen mehr Gelassenheit in Grenzen. Weil manchmal ist es auch sinnvoll, ungelassen zu reagieren. Bei bestimmten Diskussionen geht mir einfach die Hutschnur hoch und dann werde ich halt sauer. Dann werde ich auch laut. Dann lasse ich die Leute auch mal nicht ausreden und so. Dann werde ich auch mal polemisch. Das ist auch okay. Aber dem Ganzen innerlich nicht so viel Emotion beizumessen, ist manchmal ganz sinnvoll. Und Streitigkeiten auf Partys im Privatbereich, die hätte ich mir zum Beispiel manchmal sparen können. Und das bringt mich natürlich zu meiner nächsten Frage. Also eins hast du ja klar benannt, diese Pro-Reli-Kampagne damals in Berlin. Das war ja so wie ein Ausgangspunkt oder ein Auslöser deiner öffentlichen Kritik. Vielleicht war es ja auch nicht der Erste, aber vielleicht einer der Großen. Stefan Hesel war das, glaube ich, der 2010 geschrieben hat, empört euch. Und der davon sprach, dass die größte Gefahr für die demokratischen Gesellschaften eigentlich Gleichgültigkeit der Bürger sei. Motiviert dich sowas? Bin ich da auf dem richtigen Pfad oder kommt dein Denken aus einer anderen Richtung? Nein, nein, das ist schon richtig. Wir müssen natürlich aufpassen und den Begriff hat Michael Schmitz-Salemone entwickelt, dass wir nicht im Empörealismus landen, dass wir also nicht erstmal grundsätzlich empört auf alles reagieren. Sich zu empören ist dann richtig, wenn man vielleicht kurz nachgedacht hat und die Sache durchdacht hat, dann kann Empörung richtig sein. Aber grundsätzlich erstmal alles falsch zu finden, was der andere sagt aus dem politisch anderen Lager, das ist natürlich zu kurz gedacht. Stefan Hesel hat geschrieben, empört euch. Er hat auch geschrieben, engagiert euch. Und ich hatte mal ein Buch vor mit dem Thema benehmt euch in Anlehnung daran, weil dazu muss man wissen, und das würde meine Frau jetzt bestätigen, ich komme aus einer Familie, der sehr großen Wert gelegt wird auf den richtigen Ton. Vielleicht ist es auch deshalb so, dass ich manchmal ganz gerne und bewusst daraus ausbreche, den richtigen Ton zu finden, aber manchmal habe ich das Gefühl, Stichwort Rüppelrepublik, sagen wir mal, Leute, können wir mal sachlich bleiben und uns wie Erwachsene über etwas streiten, dass wir dann auch mal hitzig werden, das ist okay. Aber das sind die Dinge, die ich von der Hesselschen Art und Weise im Titel zu schreiben mitnehmen würde. Empörung ist im richtigen Fall gut, Engagement ist vielleicht sogar noch ein Stück weit besser und Benimm ist auch wichtig. Dann sind wir ja auch so ein bisschen bei Erziehung von Kindern, bei Werten, bei Ideen, wie das Zusammenleben funktioniert. Und jetzt beschäftigst du dich ja seit langer Zeit mit Religionsunterricht, und zwar aus mindestens zwei Perspektiven, nämlich als Lehrer und auch als Religionskritiker. Und wenn ich das fragen darf, auch als Vater? Weniger. Meine Kinder besuchen den Religionsunterricht nicht. Ich denke mal, wenn es so weit kommen sollte, wenn es dazu kommen sollte, dass meine Tochter vor mir steht und sagt, Papa, ich möchte am Religionsunterricht teilnehmen, dann will ich ihr das natürlich gestatten. Natürlich. Ich habe auch einen Freund, der schickt seine Kinder ganz bewusst in den Religionsunterricht und sagt, know your enemy. Du musst ja das kennen, womit du dich später kritisch auseinandersetzt. Meine Tochter ist vollkommen ratlos, wenn jemand von Gott spricht. Die weiß gar nicht, was damit gemeint ist. Wir waren ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit mal zusammen in der Kirche, in der Gemeinde meines Vaters, wo mein Vater Kirchenmusiker ist. Und da wurde ein sechs Monate altes Baby getauft. Und der Pfarrer sagte, wir freuen uns, dass die Kleine heute zur Taufe erschienen ist, freiwillig. Was für ein sonderbares Bild. Da hat sogar meine Tochter gesagt, Papa, Papa, freiwillig, die ist doch ein Baby. Das kann die doch gar nicht entscheiden. Meine Tochter ist sieben. Das finde ich schon sehr smarte Einsichten. Und ich sage mal so, rein statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Tochter, die aus einem konfessionsfreien Haushalt stammt, religiös wird, sehr gering. Ich würde ihr das nie ausreden. Aber sie ist eben manchmal konfrontiert mit den Aussagen anderer Kinder, Kinder religiöser Eltern, die dann in einer vollkommenen Selbstverständlichkeit von Gott sprechen. Das kapiert meine Tochter einfach nicht. Die ist da religiös so unmusikalisch wie ich. Und ich denke, das wird bei meinem Sohn vermutlich in einer wilden Mischung aus Biografie und Biologie ganz ähnlich werden. Natürlich bin auch ich mit den Fragen nach dem Tod konfrontiert. Papa, wo ist denn Uroma jetzt, nachdem sie gestorben ist und so? Und weißt du, was ich ihr ehrlich sage? Die gibt es nicht mehr. Die existiert noch weiter in unseren Köpfen, weil wir an sie denken. Aber sie lebt als Mensch nicht mehr. Sie existiert als Mensch nicht mehr. Und meine Kinder haben das bisher sehr gut verstanden. Das bedeutet ja, dass du Wertevermittlung an der Schule anders aufziehen würdest, als sie zurzeit läuft. Also das Thema Wertevermittlung an Schulen ist ein Riesenthema, was man didaktisch, pädagogisch sehr sauber aufarbeiten muss. Meine Frau studiert LER, das ist in Brandenburg, also studiert in Potsdam. Das Pendant zum Ethikunterricht heißt Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde. Und da wird ganz, ganz stark darauf geachtet, dass man Kindern etwas über Religion und über Weltanschauung beibringt und sie im klassischen aufklärerischen Sinne ihnen dazu verhilft, wie das Denken funktioniert, statt ihnen zu sagen, was sie zu denken haben. Und da kommen natürlich Kinder aus den verschiedensten Elternhäusern, die dann vielleicht sagen, Mensch, meine Eltern sind aber Christen, die glauben an Gott und ich glaube auch an Gott und meine Eltern glauben vielleicht auch an Gott, aber an einen anderen. Und die Nächsten sagen, meine Eltern wählen die AfD, ich finde alles kacke, so ungefähr. Da steht man als Ethik- oder LER-Lehrer vor riesigen Herausforderungen und Fragestellungen, die sich im Rahmen eines solchen Podcasts kaum beantworten lassen. Aber ich denke, wir können uns immer auf zwei Dinge einigen und das ist Aufklärung und Selbstbestimmung. Wir müssen Schulen dafür nutzen, den Kindern nach und nach alle Informationen über diese Welt zur Verfügung stellen, die wir bereits haben, damit sie im angemessenen Alter selbst darüber entscheiden können, welche Weltanschauung für sie die plausibelste ist. Und wenn wir die zwei Dinge beherzigen, ich denke, dann können wir eigentlich nicht mehr in die Falle der Indoktrination tappen. Ja, jetzt frage ich dich mal so als Außerirdischen, wenn du auf unser bayerisches Schulsystem blickst und ich weiß nicht, ob dir bekannt ist, dass wir genau hier in Fürth die einzige humanistische Grundschule in Bayern haben. Was wären Empfehlungen an das bayerische Kultusministerium, an das Schulsystem? Empfehlungen an das bayerische Kultusministerium, Mai, und das von einem Berliner. Also, erstmal wechselt mal eure gesamte Regierungsmannschaft aus. Die Betonköpfe, mit denen kommt ihr nicht voran. Ich habe als Berliner natürlich so eine gewisse Art Natural Born Anti-Bavarian mitbekommen. Aber ich habe mich eigentlich immer total wohl gefühlt in Bayern und mit Bayern, mit bayerischen Menschen. Meine Empfehlung wäre, lest doch nochmal die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Da haben wir eigentlich alles drin, was euch so an Werten wichtig ist. Denn das Interessante ist ja, dass wir im Sinne von die Humanisten und die im Sinne von die Nicht-Humanisten in ganz, ganz vielen Punkten gleicher Meinung sind, es aber anders begründen. Und für mich wäre die allgemeine Erklärung der Menschenrechte so eine Art Minimalkonsens, mit dem wir alle gut leben können und da gleichzeitig christliche, religiöse Vorstellungen Einzug finden und auch ihren Platz haben, aber eben nicht in der Regierung. Bildung, und das ist ja die Frage ans Kultusministerium, Bildung muss eine Impfung gegen mögliche Indoktrination sein. Und das schließt den konfessionellen Religionsunterricht aus. Okay. Ja, wir haben das Thema schon mehrfach gestreift. Ausgehend vom Spruch, die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Könnte man ja meinen, dass du einen sehr kirchennahen familiären Hintergrund hast. Nee, überhaupt nicht. Also, mein Vater ist ein Kirchenmusiker in einer katholischen Gemeinde. Seine eigene religiöse Haltung, um die müsste man ihn selbst bitten, die zu formulieren. Aber ich habe von meinem Vater nie eine komplett religiöse Überzeugung gehört, die in irgendeiner Form unreflektiert wäre. Mein Vater ist ein sehr gebildeter Mann, ein belesener Mann, der historisch ziemlich gut informiert ist, der viele Dinge auch in historischen Kontext stellen kann und sagen kann, ja, du, an der Stelle hat das Christentum so und so gewirkt und an der Stelle eher so und so. Der sieht das sehr reflektiert. Meine Mutter ist restreligiös-protestantisch. Die religiöseste Handlung, die die vollzogen hat, war uns beim Gute-Nacht-Sagen ein Küsschen auf die Stirn zu geben, ein Kreuz hinterher zu malen und zu sagen, behüt und beschütz dich, der liebe Gott. Sie hat so lange vom lieben Gott gesprochen, bis die Missbrauchsfälle in kirchlichen Einrichtungen rauskamen. Seitdem ist meine Mutter, naja, irgendwie so ein bisschen religiös, persönlich, aber irgendwie auch nicht. Aber steht auch wirklich auf Kriegsfuß mit den kirchlichen Institutionen. Wir haben zu Hause alle, das sieht bei meinen Halbgeschwistern anders aus, weil die eine andere Mutter haben, die wiederum wirklich religiös ist. Aber wir vier haben keine christliche Erziehung erhalten, sage ich jetzt mal. Wir sind nicht christlich sozialisiert worden. Die Kirche war für mich immer der Arbeitsort meines Vaters, in dem er wunderschöne Musik auf der Orgel spielt, dabei aber ständig von einem Mann unterbrochen wird, der seltsame Kleider trägt und keinen Sex haben darf. Ich war immer Backstage bei Gott. Ich habe das immer als ein Event betrachtet, als eine Veranstaltung. Ich bin nicht religiös aufgewachsen. Bei meinen Großeltern im katholischen Fulda gab es einen Gebetswürfel. Den habe ich gerollt und dann habe ich die Hände gefaltet und vorgelesen, was da drauf stand. Und als 12- oder 13-Jähriger habe ich Bart Simpson gehört, der gesagt hat, lieber Gott, wir danken dir für gar nichts, wir haben alles selbst bezahlt. Und das fand ich so viel einleuchtender als alles, was ich vorher über Religion gehört habe, dass ich heute sagen würde, ich war in meinem Leben keine fünf Minuten religiös. Von daher bin ich nicht der Elch, der früher selber einer war, sondern der schon lange eine ausgeprägte Allergie gegen Bullshit hat und aus dieser Allergie heraus heute eben nicht nur Religion, sondern auch andere Ideologien kritisch beleuchtet. Aber eine religiöse Erziehung genossen habe ich nicht. Das habe ich doch Genossen gesagt. Mist. Du hast ja auch bestimmt verschiedene Reaktionen auf deine Arbeit. Oder siehst du einen Unterschied zwischen den Religionen oder auch zwischen den Konfessionen? Wie auf dich reagiert wird, wenn du Glauben und Kirche und Religionen kritisierst? Ich sehe vor allen Dingen einen Unterschied zwischen Personen. Mehr zwischen Personen als zwischen Konfessionen und Religionen. Es gibt bekloppte Katholiken, es gibt bekloppte Protestanten, es gibt bekloppte Muslime, es gibt auch bekloppte Atheisten, ist ja klar. Dummheit hat nichts mit der Frage zu tun, ob man an Gott glaubt oder nicht. Ich bekomme ehrlich gesagt, auch wenn ich das fast ein bisschen enttäuschend finde, also insofern die Einladung auch an Kritiker, ich bekomme kaum Anfeindungen. Das mag damit zu tun haben, dass ich mich in einer gewissen Art von Filterblase bewege, von der man ja so gerne spricht und natürlich häufig mit meinesgleichen zu tun habe. Es kann passieren, dass ich in Diskussionsveranstaltungen, wo ich mit Leuten streiten muss, Anhänger religiöser Vertreter da sind, die danach zu mir kommen und vollkommen aufgelöst sagen, also Herr Möller, was Sie da alles behaupten, das macht uns total verrückt. Und dann, weißt du, was ich dann mache? Ich bin dann einfach super freundlich. Ich sage dann einfach, Mensch, es tut mir total leid, wissen Sie, und es geht mir überhaupt nicht um Ihren persönlichen Glauben und versuche die Kuh immer vom theologischen Eis aufs Politische zu ziehen. Das funktioniert in der Regel auch ganz gut, weil die meisten, zumindest in den hiesigen, breiten, geraden lebenden religiösen Christen, wie auch immer, haben fast die gleichen Überzeugungen wie ich. Sie begründen sie anders, aber ich kenne ehrlich gesagt kaum einen Christen, der ein ernsthaftes Problem mit Homosexualität hat. Das sind natürlich die Gottesanbeter, die das beruflich machen. Ja, die müssen das ja auch irgendwie, weil das natürlich dann irgendwie Leitlinie aus Rom ist oder was auch immer. Aber die meisten religiösen Menschen, die ich treffe, sind genauso vernünftig wie du und ich. Die haben halt so einen gewissen blinden Fleck, über den reden sie auch ungern. Ist auch okay, ist ja deren Privatsache. Aber ich merke da eigentlich keinen Unterschied. Ich treffe nette Menschen und furchtbar unnette Menschen aus allen Konfessionen und die unnetten Menschen treffe ich total selten und das ist mir auch echt recht. Und über welche Anfeindungen würdest du dich am meisten freuen, wenn du Gegenwind hättest? Über Anfeindungen gar nicht. Also es hat letztens mal irgendwie, man muss mal sagen, ich habe ja eine Facebook-Seite, das ist irgendwie so einer der Kommunikationskanäle, die sehr niederschwellig sind. Ich müsste twittern, ich müsste Instagram bedienen, aber der Tag hat nur 24 Stunden. Ich habe Kinder, das ist mir als zu doof, auch ehrlich gesagt. Und von den Facebook-Nachrichten, die ich so kriege, den PNs, den persönlichen Nachrichten, da sage ich dir ehrlich, sind 99,999% positiv. Dann ist immer einer dabei, letztens hat mir einer geschrieben, man sollte dir den Kopf abreißen und oben in den Hals scheißen. Ich denke, ja gut, du Pfeife, Alter. Ja, es ist ein toller Beitrag jetzt. Über eine Anfeindungen freue ich mich natürlich nicht. Ich freue mich über konstruktive Kritik. Es hat mal jemand gesagt, Herr Möller, ganz ehrlich, ich bin ja Ihrer Meinung, aber mit Gottlos glücklich erreichen Sie weder die Gläubigen, weil die nehmen den Titel schon gar nicht in die Hand, ja, das ist ja Blasphemie, noch die wirklich Ungläubigen, weil die sind ja schon gottlos glücklich. Und warum sollen die noch ein Buch dazu lesen? Und da sage ich, naja, ich will ja die dazwischen erreichen. Ich will die Indifferenten erreichen. Ich will die Uninformierten erreichen, die, für die Religion einfach keine Rolle spielt, die Religionsdesinteressierten. Und dann sagt er, ja, ich finde, das ist Ihnen nicht so gut gelungen. So, und das finde ich mal eine konstruktive Kritik. Also darüber freue ich mich immer. Mir hat letztens einer gesagt, du sprichst total häufig in Superlativen. Achte doch mal drauf. Mache ich seitdem. Ich mache es trotzdem weiter. Ja, aber ehrlich, weil das ist ja auch eine Charakterfrage. Und wenn ich jetzt anfange, mich irgendwie zu schleifen und runterzufahren, jemand, der bereit ist wie ich, sich auf eine Bühne zu stellen, die 80 Zentimeter höher ist als die Leute, die da unten sitzen, der muss eine gewisse Art von Rampensauigkeit mit sich bringen. Sonst braucht er gar nicht anfangen. Und dazu gehört auch das Sprechen in Superlativen. Aber ich mag konstruktive Kritik. Manches nehme ich an, manches nicht. Aber auch an Feindungen habe ich eigentlich wenig Bock. Ja, verstehe. Ja, wenn du so an das Jahr 2000 zurückdenkst, ungefähr, was würdest du sagen, hat sich seitdem im Verhältnis zwischen Staat und Kirchen verbessert? 2000? Mann, da war ich 20. Du fragst mich Sachen. Vielleicht ist der Zeitraum zu lang gewählt. Die aktive Phase, wo du dich um diese Themen kümmerst. Ja, 2009. Also sagen wir mal so, im Jahr 2001, World Trade Center. Ja. Da habe ich natürlich schon gedacht, Alter, seid ihr bekloppt? Was ist denn mit euch los? Ey. Das ist ja grausam. Aber da war ich noch weit davon entfernt, entschieden säkular, naturalistisch, atheistisch und so weiter zu denken. Also ich sage mal so, es gibt so ein paar Eckdaten. Seitdem ich diese Arbeit betreibe, ist zum Beispiel deutlich geworden, dass Menschen, die die Position vertreten wie ich, häufiger in öffentlichen Debatten, sagen wir mal, Talkshows zu sehen sind, als vielleicht noch früher. Es gab Zeiten, da hat die katholische Kirche gesagt, wenn Deschner kommt, wenn Schmidt-Salomon kommt, dann kommen wir nicht. Und dann haben die Redaktionen gesagt, oh, ja, werte Kirchenvertreter, dann laden wir Herrn Schmidt-Salomon wieder aus. Das ist heute nicht mehr so. Die Kirchen sagen immer noch, dann kommen wir nicht. Und sagen die Redaktionen, ja gut, dann kommen sie halt nicht. Und dann laden sie irgendwelche Laien ein oder so. Man sieht die hohen, die Top-Manager der zwei Jesus-Konzerne immer seltener in der Öffentlichkeit. Die wissen auch, dass sie einen Großteil, einen riesigen Großteil ihres Vertrauens verspielt haben. Wir haben erreicht, dass Menschen, die als Flüchtlinge unser Land erreichen und sagen, ich bin konfessionsfrei und ich werde deswegen religiös verfolgt, weil ich konfessionsfrei bin, dass diese Menschen heute Asyl bekommen. Das war vor neun Jahren, wenn mich nicht alles täuscht, noch nicht so. Da haben die deutschen Behörden gesagt, wie, sie sind religionsfrei, da können sie ja gar nicht religiös verfolgt werden. Was natürlich ein furchtbarer Irrtum ist, weil wenn du als Apostat in bestimmten islamischen Ländern auffliegst, dann wirst du halt auf offener Straße erstochen oder erhängt oder gesteinigt oder was auch immer. Das haben wir geschafft. Wir haben jetzt das EuGH-Urteil aus Luxemburg bekommen. Das besagt, dass Kirchen bei Jobs in ihren Einrichtungen, in Anführungsstrichen, die nicht verkündigungsnah sind, keinen Taufschein mehr verlangen dürfen. Das ist ein Riesenschritt. Wir haben es geschafft, als Atheisten nicht mehr als die komischen Schmuddelfreaks wahrgenommen zu werden, sondern als diejenigen, die neben 26% Katholiken, 29% Protestanten, sowas in der Art, mit 36% die größte gesellschaftliche Gruppe darstellen, nämlich die Konfessionsfreien. Und ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich sehe gute Chancen darin, dass in dem Moment, wo die Konfessionsfreiheit, wie in Schottland oder in den Niederlanden, die 50%-Marke knacken, bestimmte Privilegien ganz anders diskutiert und wahrgenommen werden, als das bisher der Fall ist. Wir bohren da echt dicke Bretter. Das ist vor allen Dingen die unheilige Allianz aus Politik und Christentum, die uns das noch total schwer macht. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg und wir können schon ein paar Erfolge verzeichnen. Du sprichst ja den Lobbyismus der Kirchen an, die Verflechtung von Kirche und Staat, wo ja Carsten Frerk auch den Titel Kirchenrepublik Deutschland geprägt hat. Wie siehst du die Chancen, oder wie stehst du zu dieser These? Wie siehst du die Chancen einer Veränderung in Deutschland, um diesen Lobbyismus der Kirchen zu verändern? Ja, also Carsten Frerk ist ja jetzt auch dabei, sich dem kirchlichen Lobbyismus wirklich sehr detailliert zu widmen in einer Studie. Das wird sicherlich interessante Ergebnisse zutage bringen. Also da kann ich allen Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, den Namen Carsten Frerk weiterhin wirklich sehr deutlich auf dem Schirm zu haben. Was Carsten bei Fowit macht, der Forschungsgruppe Weltanschauung in Deutschland, hat wirklich Hand und Fuß und hilft uns in Tortendiagrammen und Balkendiagrammen immer wieder wirklich evidenzbasiert zu argumentieren. Also es ist eine Riesendiskussion und ich finde immer gut, wenn wir sie runterbrechen. Ich habe vor kurzem einen Gastbeitrag in einer Mannheimer Zeitung geschrieben, einem Mannheimer Morgen. Das habe ich mal das Ketzer-Dutzend genannt. Das sind meine zwölf ganz konkreten Forderungen zur Trennung von Staat und Kirche. Und um mal die ersten drei kurz zu nennen. Die Kirchensteuer, das kirchliche Arbeitsunrecht von Caritas und Diakonie und der Religionsunterricht. Beim kirchlichen Arbeitsunrecht von Caritas und Diakonie haben wir aus Luxemburg schon mal ein gutes Signal bekommen. Die Kirchensteuer wird auch unter kirchennahen Menschen und sogar unter Kirchenvertretern sehr kontrovers diskutiert. Wir sind das einzige Land weltweit, die tatsächlich die Finanzämter damit beauftragen, was am Ende etwa 1,8 Milliarden Euro pro Jahr kostet, diese Gelder einzuziehen. Und das sind alles Gelder, die wir aus öffentlicher Hand bezahlen. Die Argumente sind sehr gut auf unserer Seite. Der Lobbyismus steht genau dagegen. Das ist ja wie in anderen politischen Bereichen auch. Die Argumente, Volkswagen vollkommen dafür haftbar zu machen, uns betrogen zu haben, uns Kunden sind da. Der Lobbyismus ist sehr stark und es droht die Gefahr, dass wir es nicht schaffen. Das ist im Bereich der Kirchensteuer ähnlich. Aber wie gesagt, 50 Prozent konfessionsfreier. Meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass das dann kippt. Politikerinnen und Politiker müssen auch verstehen, dass sie nicht mehr automatisch, und das gilt am Ende dann eben auch für den Religionsunterricht als dritten Punkt, nicht mehr automatisch mit der Befürwortung christlicher, religiöser Positionen Wählerstimmen bekommen. Ein gutes Beispiel ist der inzwischen verstorbene Heiner Geißler. Der hat vor zehn Jahren mit Michael Schmidt-Salomon und Volker Panzer, der inzwischen auch Mitglied in unserer Stiftung ist, Volker als Moderator, Michael als anderer Talkshow-Gast, in der Talkshow gesessen und hat pro Christentum argumentiert. Und dann haben sie danach beim Essen gesessen und der Volker Panzer sagt, Aber Herr Geißler, wie kann das denn sein? Sie sind doch wirklich ein schlauer, gebildeter Mensch. Wie kommen Sie denn darauf, diese ganzen christlichen Positionen zu vertreten? Was sagt er? Tue ich ja gar nicht. Muss ich aber in der Öffentlichkeit. Sonst habe ich als Politiker sofort verloren. Das war vor zehn Jahren. Vor etwa einem Jahr, im Juni 2017, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich mit Heiner Geißler bei Sandra Maischberger gesessen, und Heiner Geißler hat so glasklar, säkular argumentiert, dass Sandra Maischberger danach backstage zu ihm sagte, Mensch Herr Geißler, hätte ich das gewusst, wie Sie aufgestellt sind, dann hätten wir Philipp Möller gar nicht einladen brauchen. Stell dir mal vor. Das heißt, der Typ hat im Laufe seines Lebens abends eine politische Haltung aufgegeben, die hoffentlich, sage ich jetzt einfach mal, stellvertretend ist für andere Politiker. Die CSU hat das immer noch gut drauf. Auch in der AfD gibt es noch sehr starke christliche Werte. In der CDU ist das schon aufgelöster. Wir können natürlich auch bei den Grünen und bei der SPD beobachten, dass Spitzenpolitiker auch immer spitzenreligiös sind. Aber da gibt es einen Shift, einen Wandel. Und ja, Time will tell. Also die Zeit wird uns zeigen, wo das hingeht. Aber das mag jetzt auch, ja, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Das mag jetzt auch natürlich aus meiner Position heraus formuliert sein. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg. Zur Hoffnung habe ich auch noch eine Frage. Aber vorher noch, du sagst ja heute auch im Vortrag, dass Gläubige sich ja gegen Kritik immunisieren. Dass die Idee, Religion und Glaube zu vertreten, eigentlich dazu führt, dass das, was logischerweise über Balkendiagramme und andere Fakten herangetragen werden kann, eigentlich gar nicht ankommen kann durch diesen Immunisierungseffekt. Hast du ein Mittel dagegen? Nett sein. Immer erst mal nett sein. Niemand hört einem zu. Und das muss ich aus schmerzlicher Erfahrung auch eingestehen. Niemand hört einem zu, wenn man als der Klugscheißer daherkommt, der sofort Zahlen am Start hat und rein rational denkt. Den Fehler mache ich immer noch. Ja, weil für mich ehrlich gesagt ist die Sache ziemlich klar. Und ich halte rationale Argumente immer für wertvoller als so eine Wischiwaschi-Herangehensweise. Aber ich merke auch, dass es hilft, nett zu sein. Ich nehme jetzt gerade an einem Seminarteil. Das findet statt unter dem Titel Begegne dem anderen. Und der Seminarleiter, der Bildungsträger schafft es Menschen, und das ist auch das Ziel dieser Bildungsveranstaltung, Menschen verschiedener Überzeugungen in einem freundschaftlich-kollegialen Ton an einen Tisch zu holen. Das ist für mich ehrlich gesagt ein totaler Perspektivwechsel. Ja, weil ich auf einmal mit Leuten am Tisch sitze, die ich per se einfach erstmal mag. Das sind Teilnehmer des gleichen Seminars wie ich. Wir haben dann so eine Auftaktveranstaltung gehabt, wo abends gefeiert wurde und wir uns alle echt gut verstanden haben. Und dann kann man auf einmal ganz anders miteinander reden, als man das vorher getan hat. Und ich finde das spannend, und das sollte man sich beibehalten, möglichst nett an eine Diskussion ranzugehen. Ich habe zum Beispiel auch vor kurzem eine Radiosendung gehabt, mit einer Pfarrerin diskutiert. Die Radiosendung war mit Publikum, wurde aufgezeichnet. Und ich habe ehrlich gesagt einfach zu spät gemerkt, dass das zwar eine Pfarrerin ist, die von der evangelischen Kirche bezahlt wird, aber dass die eigentlich eine saukoole Socke ist. Und ich habe sie da ganz schön angefahren und mit meinen toffen, harten Argumenten bin ich da aufgerockt. Und dann ist mir klar geworden, hey, wenn die nicht abhängig wäre von dem Gehalt, was die Kirche ihr zahlt, dann wäre die wahrscheinlich sogar auf unserer Seite. Und das wurde mir nachher vom Publikum auch vorgeworfen, zu Recht. Also cool bleiben, nett sein, freundschaftlich begegnen. Natürlich nicht bei Leuten, die irgendwie als Fundamentalisten auftreten. Da musst du ganz anders rangehen. Aber erst mal mit einem Fingerspitzengefühl zu merken, wer steht mir hier gegenüber, wie argumentiert ihr. Und spannenderweise kann ich nur aus der Erfahrung sagen, es ist fast immer so, dass man sich bei ganz vielen Überzeugungen dann doch irgendwo in der Mitte treffen kann. Das ist die Abschaffung der Privilegien, Trennung von Staat und Kirche. Und auch gewisse Überzeugungen, zum Beispiel gegenüber Homosexuellen, das sind die meisten Gläubigen unserer Position. Deswegen denke ich, nett sein. Okay, meine Frage zur Hoffnung. 1. Korinther 13, 13, weißt du, was da steht? Nee. Nun aber bleiben. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Was bleibt bei Philipp Möller? Also was war es nochmal? Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Also, auch ich bin natürlich nicht frei von Glaube insofern, als dass ich gewisse Überzeugungen in mir habe, die ich zumindest auf den ersten Schlag nicht rational belegen könnte. Ich glaube ganz profan, indem ich vermute zum Beispiel, dass ich noch was zu trinken im Kühlschrank habe und dann kaufe ich eben nichts ein. Und dann komme ich nach Hause und mache den Kühlschrank auf und sehe, oh shit, falsch gedacht. Ich glaube, um wieder mal die Worte von Michael zu verwenden, Schmidt-Salomon, an die Entwicklungsfähigkeit des Menschen. Ich glaube daran, dass es möglich ist. Ja, es gibt Zyniker, die glauben das nicht. Das kann ich auch verstehen. Aber ich glaube daran, dass es möglich ist, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ich habe die Hoffnung, dass sich möglichst viele Menschen daran beteiligen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Aus welcher Motivation heraus, finde ich fast zweitrangig, ehrlich gesagt. Nicht die Motive zählen, sondern die Tat. Wenn dann natürlich von hinten durch die Brust ins Auge gesagt wird, hey, wir sind jetzt hier, um bei euch in Thailand die Opfer der Flutkatastrophe zu betreuen und gleichzeitig bringen wir die Bibel mit, dann ist das ein Problem. Aber wenn Menschen anderen Menschen helfen, dann ist das immer erst mal gut. Ob sie sich dadurch einen Platz im Paradies sichern wollen beziehungsweise die Fahrt nach unten in die Hölle verhindern wollen. Nun, das ist dann deren Sache. Aber wenn sie helfen, dann helfen sie. Und Liebe. Ach, ich bin voller Liebe. Ehrlich gesagt. Ich verbringe unheimlich viel Zeit mit meiner eigenen Familie, die ich ohne Ende liebe. Ich habe tolle Freunde. Ich begegne ständig neuen Menschen, die ich total positiv finde, auch Gläubigen. Und möchte wirklich mich dagegen aussprechen, dass das Monopol der Liebe in den Religionen liegt. Ganz im Gegenteil. Sie haben nicht nur die Liebe, sondern vielfach auch den Hass gesät zwischen den verschiedenen Konfessionen. Und ich finde es total geil, Menschen zu treffen, die aus vollkommen anderen Orten der Welt kommen, die eine vollkommen andere Sozialisation hinter sich haben. Teilweise auch andere Einstellungen als ich. Und mit denen irgendwie mal einen spannenden Diskussionsabend zu verbringen und die danach in den Arm zu nehmen und zu sagen, hey, es war toll, dich getroffen zu haben. Also insofern würde ich sagen, Glaube, Liebe, Hoffnung. Gewissermaßen ist das auch bei mir vorhanden, aber eben in einer ganz unreligiösen Form. Ja, das war ja fast schon ein gutes Schlusswort. Fast. Ja, eine Frage stelle ich trotzdem. Welche Frage hätte ich unbedingt noch stellen sollen? Die hier. Ich weiß es nicht. Ich schaue ja nach vorne. Ich denke mal, wir als Religionskritiker arbeiten ja wie ein Schwimmer. Wir wollen vorankommen und dafür müssen wir uns sowohl nach hinten abstoßen mit den Beinen als auch nach vorne kraulen. Nach hinten abzustoßen ist relativ leicht in Anbetracht der monotheistischen und auch anderen Religionen. Da ist so viel Abstoßendes. Da kann man sich gut dran abstoßen. Nach vorne zu gucken ist nicht immer ganz so leicht. Eine Frage zum Beispiel, die ich meinen Kritikern auch immer wieder zugutehalten muss, lautet, ja, Herr Möller, wie gucken Sie denn nach vorne? Sie können sehr gut Kritik leisten. Die teilen wir eben teilweise sogar auch. Aber wie geht es denn jetzt weiter? Und ich finde, wir müssen wirklich als diejenigen, die daran glauben, dass wir die Welt zu einem besseren Ort machen können, dürfen wir uns nicht nur beschränken auf das Phänomen der Religion. Es gibt durchaus kapitalistische, globalistische Formen der Wirtschaft und der Unterdrückung, die vollkommen unreligiös sind und dafür sorgen, dass Millionen, wahrscheinlich sogar Milliarden von Menschen in ihrem eigenen Elend sitzen. Ich persönlich will mir jetzt mal anschauen, wie Politik in Deutschland gemacht wird. Du hättest insofern fragen können, was hast du denn als nächstes vor, Philipp? Und ich habe als nächstes vor, mal in den Bundestag zu gehen und zu gucken, wie dort der Unsinn aussieht, der eben nicht nur in den Kirchen und in den Schulen, wie ich ja in meinem ersten Buch beschrieben habe, veranstaltet wird, sondern eben auch in der Politik. Da gibt es durchaus Formen von Unsinn, die genauso Kritik vertragen, wie die in der Kirche. Der Lobbyismus, der in der Politik stattfindet, ist um keinen Deut besser, als der Lobbyismus, den die Kirchen gegenüber der Politik betreiben. Von daher würde ich sagen, ja, Humanisten, öffnet euch auch thematisch, schaut, das tun ja die meisten auch, schaut durchaus nicht nur auf die Kirchenkritik, sondern guckt, wo überall dafür gesorgt wird, dass der Mensch eine unterdrückte Kreatur ist und schmeißt genau diese Umstände um. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses interessante Gespräch und wünsche... Sehr marxistisches Ende. Ja, und ich wünsche bei aller Ernsthaftigkeit der Themen trotzdem bei allen deinen Projekten weiterhin einen Heidenspaß. Danke. Den habe ich meistens. Ja, und ich freue mich sehr, dass wir dich hier erleben durften und über dieses Gespräch. Vielen Dank. Danke auch für das Gespräch. Danke.